Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit & Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart, ich bin ein Gesundheits-, Mental- und Life-Coach aus absoluter Leidenschaft. Ja, vielen, vielen Dank, dass Du wieder eingeschaltet hast zu diesem Lebenskraft-Podcast, der dir ganz viel Kraft und Energie spenden darf und soll. Und wenn Du heute zum allerersten Mal mit dabei bist, dann freue ich mich auch riesig auf Dich. Dich erwarten hier ganz viele wertvolle Tipps rund um dieses Thema Gesundheit, Lebenskraft über die vier Bausteine Ernährung, Mentaltraining, über das Thema der Bewegung, aber eben auch, wie Du mit dem Thema Stress umgehst. Heute möchte ich mit Dir noch ein kleines bisschen über dieses Thema der geistigen Gesetze sprechen, denn ich habe vor ein paar Tagen so eine ja ziemlich taffe, ja für mich persönlich doch sehr prägende Erfahrung mal wieder machen dürfen. Und immer gerade dann, wenn mir selbst irgendetwas passiert, was ich dann in dem Moment ja als super wichtig empfinde oder wenn ich eine Erfahrung habe irgendwie mit Kunden von mir, mit Menschen, mit denen ich arbeiten darf und ich habe so ein starkes intuitives Gefühl, so das musst Du unbedingt im Podcast der Welt mitteilen. Dann mache ich das natürlich auch und genau das hatte ich vor ein paar Tagen. Ich möchte Dich so ein bisschen damit reinholen, denn vor ein paar Tagen bin ich richtig gut und fröhlich aufgestanden. Also meine Ohrklein gingen auf, wie immer ging so mein mentaler Affirmationssatz los, der kommt ja schon, bevor ich überhaupt wach bin und wenn Du den noch nicht kennst, der lautet, ich habe Kraft, Energie und ich bin vollkommen gesund. Das läuft bei mir schon seit über 20 Jahren ab, also völlig automatisch. Habe ich ganz, ganz häufig trainiert. Ja und ich war gut drauf und ich starte dann so meinen Tag. Ich hatte noch ein bisschen Zeit. Ich nehme mir immer Zeit für meine Morgenroutine, damit ich dementsprechend auch immer gut drauf bin bei meinen Kunden, weil die wollen ja einen Coach, der gut drauf ist und nicht einer, der eine komische Energie hat oder ein komisches Gesicht sieht und ja, nachdem ich dann meditiert hatte und mein Herz total weit offen war und es mir richtig, richtig gut ging, habe ich dann mein leckeres Bio-Photonen-Frühstück gestartet und habe dann die FAZ. Ja, ich will jetzt nicht irgendwie negativ gegen irgendwelche Zeitungen plädieren, weil wir haben sie ja immer noch zu Hause, sondern die lag da auf dem Tisch und habe ich gesagt, gut, guckst du mal wieder rein. Ja und was ist dann passiert? Ich habe dann so durchgeblättert und habe mich dann tierisch darüber aufgeregt, dass es nur und zwar zu 99 Prozent nur negative Nachrichten waren. Jetzt wirst du dir wahrscheinlich sagen, ja Kerstin, eine tolle Überraschung, das hätte ich dir gleich vorher sagen können. Ja, aber das Krasse war in dem Moment, was es mit mir gemacht hat und vor allen Dingen, dass ich ja teilweise nur Überschriften gelesen habe und ich war von einem richtig guten Zustand in einem absolut desaströsen, katastrophalen Zustand danach und das Verrückte war, dass ich die Energie danach nicht mehr tränen konnte. Normalerweise habe ich ganz viele Techniken, die ich dann anwende. Ich atme dann und fange an, dann sofort meine Energie zu verändern. Ich probiere mein Herz aufzumachen, größer zu machen. Ich fange an zu visualisieren, denke, was schön ist, das ging gar nicht. Ja, das ist auch mal normal, aber das Besondere in diesem Moment war einfach, dass mich diese Negativschlagzeilen über diese ganzen Corona-Kram, über irgendwelche Katastrophen, die entstehen können, über irgendwelche Horrorszenarien, die irgendwann mal entstehen können, einfach ganz stark beeinflusst haben und es waren alles Dinge, die in dieser Zeitung gestanden haben, die irgendwann in der Zukunft entstehen können, die irgendwelche Leute angeblich herausgefunden haben, irgendwelche Prognosen erstellt haben und haben damit ein Horrorszenarium aufgemalt, ob das jetzt um das Thema Corona ging, ob es um das Thema Wirtschaft ging oder wie auch immer. Und ja, auch mein geliebtes Urlaubsreiseland, wie zum Beispiel die Balearen, die haben jetzt auch diese Reisewarnung bekommen und da war ich und ich habe gesehen, wie unfassbar nachhaltig die damit umgehen und nein, der Ballermann, der macht ungefähr ein Prozent aus von den Balearen, der Rest ist wirklich so unfassbar nachhaltig und es hat mir fast das Herz rausgerissen, als ich von dieser Reisewarnung gehört habe und ja, auch da kamen die Horrorszenarien, die in der Zeitung gestanden haben, man muss ja den Ballermann eindämmen und ich habe mir in dem Moment nur gedacht, meine Güte, es ist so eine unfassbare negative Energie, die hier dargestellt worden ist, zum Beispiel eben auch von einem wunderschönen Ort, von einem Land, was ein Prozent vielleicht diesen Partytourismus hat und die 99 Prozent, die so nachhaltig sind, die so wunderschön sind, da kann ich wirklich mit gutem Gewissen sagen, dass es genauso ist, weil ich schon so oft da war, die werden irgendwie vergessen. Aber was ich dir hier in diesem Podcast mit auf den Weg geben möchte, war, was hat es mit mir gemacht? Ich war danach in einem wirklich total schlechten Zustand. So und ich hatte dann meine Kundentermine, ich habe das geswitcht, ich habe mir natürlich nichts anmerken lassen, aber ich merke natürlich relativ schnell, dass dann hier dieses System sich eigentlich oder einfach zusammenzieht. Und nachdem ich dann von meinen Kundenterminen zurückgekommen bin, hatte ich noch einen Telefontermin, war zu Hause und ich hatte unendlich viel zu tun. Ich musste mich für Interviews vorbereiten, ich hatte ja Gespräche, auf die ich mich vorbereiten muss und so weiter. Und mein Ego, mein System zwischen meinen Ohren hat mir zehnmal gesagt, was ich alles zu tun habe. Ich habe aber die Energie in meinem Körper gespürt. Ich habe das immer noch gemerkt, obwohl ich diesen Vormittag schon hinter mich gebracht hatte. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich dann hochgesetzt in meinen Meditationsraum und hatte ich Lust, mich in dem Moment da hinzusetzen? Nein. Hatte mein Körper in dem Moment Lust, sich hinzusetzen? Nein. Aber mein Bewusstsein, dieser Teil in mir, der genau gespürt hat, Kerstin, du bist in einer ganz schrägen Energie, transformier das mal. Der hat mich, ja, motiviert mich nach oben zu setzen in meinen Meditationsraum. In so Momenten mache ich eine geführte Meditation, die war von Dr. Joe Spencer anderthalb Stunden und ich war komplett in einem anderen Zustand. Und weißt du, in dem Moment, wo ich in einem anderen Zustand war, in dem Moment, wo mein Herz wieder auf war, ich war total freudig, war mein Tag dann auch noch wirklich richtig schön. Aber ich möchte dir heute in diesem Podcast nochmal ganz kurz einfach liebevoll mit auf den Weg geben. Denn du bist auch nur ein Mensch und auch du bekommst diese ganzen, ja, subtilen Aussagen von Horrorszenarien mit, die überall kursieren. Auch die sozialen Medien sind voll, ob du jetzt an Verschwörungstheorien glaubst, an die böse Wirtschaft oder was auch immer, es ist vollkommen egal. Aber Fakt ist, dass doch alle, alle zusammen immer mit der Angst arbeiten und die wenigsten mit der Liebe. Die wenigsten geben dir die Hoffnung, um zu sagen, hey, schau doch mal, was du tun kannst, um dein Immunsystem oder vielleicht auch geistige Gesetze anzuwenden, die es dir wieder möglich machen, dein Leben schöner zu machen, dass du vielleicht auch andere Ergebnisse in deinem Leben anziehst. Und weißt du, der Schwerkraft zum Beispiel, der ist es völlig, völlig scheißegal, ob du daran glaubst oder nicht. Die Schwerkraft funktioniert. Und diese geistigen Gesetze, die funktionieren natürlich bei uns auch. Und über das Immunsystem habe ich schon oft gesprochen, wie du das stärken kannst. Aber diese geistigen Gesetze, die wirken auch dauernd. Und ich will dir mal ein Beispiel geben. Der Bauer zum Beispiel, wenn der jetzt irgendwie etwas sät, dann wundert der sich nicht, was der erntet. Der weiß ja, was er da reingesteckt hat in die Erde. Der ist ja nicht überrascht und sagt sich, ja, das ist ja ein Ding. Da habe ich jetzt den Weizen gesät und da kommt ja jetzt irgendwie die Gäste raus. Nein, der weiß ganz sicher, wenn er Weizen gesät hat, dann kommt da eben auch Weizen raus. Oder wenn du bei Rot über die Ampel fährst und der Polizeiwagen steht exakt nebendran und du wunderst dich doch dann auch nicht, dass der Polizist, es sei denn, er war gerade irgendwie im Tunnel und hat es gerade nicht mitbekommen, wunderst du dich ja nicht, dass du deinen Führerschein verlierst. Weil es gibt Gesetze, die sind einfach so. Und das sind im Übrigen auch diese Gesetzmäßigkeiten. Und das stärkste Gesetz, was wir alle kennen, ist das Gesetz von Ursache-Gleichwirkung. Und diese ganze Energie, die wir jeden Tag produzieren, die geht ja nicht verloren. Das heißt, jeder Gedanke ist eine Frequenz. Das ist nichts anderes wie Strom, was im Endeffekt durch dein Gehirn fließt. Und das Verrückte ist dann in dem Moment, wenn du Ärger hast oder du bist in der Misskunst oder du hast diese negative Energie, wie ich das eben auch an dem Morgen hatte. Und du ärgerst dich und du merkst, dass du total destruktiv bist, weil diese ganzen Horrorszenarien, die irgendwelche Superleute irgendwie in den Zeitungen schreiben, die sich vielleicht auch gar nicht erfüllen oder wie auch immer, die machen doch was mit einem. Also mit mir haben sie zumindest etwas gemacht und ja, auch das ist Energie. Und wenn du in so einer Energie bleibst und viele, die tragen das ja unbewusst mit sich rum, das merkst du auch, wie die panisch sind. Die Leute haben ja eine brutale Angst momentan. Und diese Angst zieht was nach? Natürlich die Angst, die du ausstrahlst. Denn das ist nichts anderes als Energie. Und die Energie, die wir ausstrahlen, und wäre ich morgens in diesem Zustand komplett geblieben, den kompletten Tag und den nächsten Tag und so weiter, dann ist es dem Universum auch total egal, ob ich daran glaube oder nicht, sondern ich ziehe die entsprechende Energie in Form von einem Ereignis in meinem Leben. Das heißt, die eigentliche Ursache ist die Energie. Das ist so, wie wenn du etwas aufs Blatt Papier malst. Ja, du, derjenige, der Erzeuger, malt etwas auf ein Blatt Papier und dann schaust du dir das Ergebnis an. Das ist das, was du jeden Tag produzierst. Das Ergebnis als solches ist quasi die entsprechende, ja, oder das entsprechende Ereignis, was durch die Energie, die du durch den Kroll, den Ärger, die destruktive Energie im Grunde genommen erzeugt hast. Und weißt du, das war das, was mir nochmal so richtig bewusst geworden ist. Und was es vor allen Dingen für ein Kraftakt bedeutet hat in dem Moment, das komplett zu drehen. Und weißt du, ich meditiere seit 20 Jahren, aber ich habe mich da eben hingesetzt und habe ganz bewusst eben diese Energie verändert und das können wir auch. Und ganz viele Menschen, die machen sich einfach nicht bewusst, dass dieses Gesetz von Ursache Gleichwirkung immer, immer wirkt. Und das macht im Übrigen auch keine Fehler. Und mag dir bitte diesen Satz, schreib dir den auch gerne auf, auch vielleicht nach diesem Podcast. Ursache und Wirkung macht keine Fehler. Es bringt uns die entsprechenden Ereignisse. Also die Ereignisse, die der Energie entsprechen, die du gesät hast. Wir sind alle, du und ich, permanenten Schöpfer. Und du kannst jeden Tag morgens anfangen mit einer Morgenroutine. Ja, so wie ich das eben auch mache. Du kannst jeden Tag dich beobachten, kannst sagen, hey, wie bin ich denn jetzt eigentlich drauf? Und wie wäre das denn, wenn du dich für die gute Laune entscheidest? Wie wäre das denn, wenn du dich morgens mit visuellen Bildern, die positiv sind, komplett verbindest? Wie wäre das denn, wenn du dein Bewusstsein komplett darauf ausrichtest, und zwar in einem guten energetischen Zustand A erstmal zu kommen und dann aber auch eben zu bleiben? Und weißt du, das Größte, und das habe ich ja schon so oft erzählt, was du eben tun kannst, ist eben diese ganz gezielte Morgenroutine zu praktizieren, indem du gute Laune eben erschaffst, indem du Freude erschaffst, weil du deinen Körper eben in deinen Sessel, auf deinen Meditationssitz, auf deinen Stuhl oder wo auch immer hinbringst und in dem Moment eben durchgeführte Meditationen ganz gezielt deine Energie eben veränderst. Und weißt du, wenn du dann diesen Kontakt aufbaust, und das ist dieser Kontakt zu diesem Universellen, das ist dieser Kontakt zu dieser Ursprungskraft, dann spürst du eben, dass du eben mehr bist wie dein Körper. Du spürst mehr, dass du mehr bist eben wie diese träge Masse, die irgendwie nur verdaut arbeitet, also zum Job geht, ja, und irgendwie Sex hat, ja, oder sich eben freut, dass da am Wochenende mal eine Currywurst zu sich nimmt. Verstehe mich nicht falsch, aber du bist mehr. Ja, deine Zellen als solches, die sind großartig, dein Körper ist wunderbar. Und ich liebe ja den Körper, ich liebe Muskeln, ich liebe all das, was wir mit diesem Körper machen können, aber du bist mehr. Und genau das spürst du dann. Und das haben wir alle als Schöpfer unseres Lebens eben permanent in der Hand. Und ich möchte dir aber auch heute nochmal in diesem Podcast eins, zwei Dinge mit auf den Weg geben, wie du eben beginnen kannst. Also der erste Schritt ist mal, werde dir bewusst, dass du ein Schöpfer bist, ja, weil viele, die glauben ja nicht daran. Und nochmal, diesem Gesetz ist das völlig egal. Und als ich angefangen habe, im Übrigen auch liebevoller mit mir selbst umzugehen, weil ich war ja früher auch ultra hart zu mir selbst, ultra perfektionistisch. Ich bin auch immer selbst in der absoluten Überspannung gewesen, weil ich Dinge immer unbedingt wollte. Leute, was glaubst du, was ich dann angezogen habe? Gesetz von Ursache gleich Wirkung. Natürlich Dinge, die meiner Ursache natürlich entsprochen haben. Genau das Ereignis. Und das kennst du vielleicht ja auch, wenn du die Dinge unbedingt willst, was passiert dann? Dann bekommst du sie nicht. Aber in dem Moment, wo du aus einem geöffneten Herzen heraus eben gezählt sagst, okay, ich fange mal an, diese Dinge in Resonanz zu bringen. Ich bin ein Schöpfer und dann lasse ich los und habe tiefes Vertrauen und schwuppdiwupp, dann kommen sie, die Sachen. So war das bei mir im Übrigen eben auch. Ja, und diese gute Schwingung, die erzeugst du und zwar jeden Tag durch deine Morgenroutine, durch diese Dinge, die du jeden Tag selbst tun kannst. Und zwar wirklich durch diese eigene Bereitschaft heraus eben zu erkennen, dass du mehr bist als einfach nur ein ganz toller Körper und eben irgendwie Blut und eine Verdauung und was eben auch immer. Ja, und was sind jetzt nun mal die Tools, bevor ich es jetzt hier wieder vergesse? Aber ich rede ja so gerne. Ja, also fange an, dir wirklich klarzumachen, dass du der Schöpfer bist und der Verstand, der glaubt ja eigentlich nur das, was er gewohnt ist. Und wenn du dich immer nur mit diesen Verrückten da draußen beschäftigst, die den ganzen Tag erklären, dass die zweite, dritte, fünfte, sechste, siebte, achte Welle kommt, ja, dass es unglaublich schlimme Dinge passieren und so weiter, was macht dann dein Verstand? Der beschäftigt sich damit, der sieht nur noch das und der fängt natürlich auch nur an, das zu glauben. Denn, und das ist natürlich auch das Gesetz der Entsprechung, du glaubst ja wirklich auch nur das, was du über Jahre hinweg trainiert hast. Also das ist natürlich auch dieser Spruch, den du vielleicht auch von mir schon oft gehört hast, die Welt ist immer das, was du von ihr denkst, ja. Und da bist du auch wieder so mächtig. So, wenn dein Verstand dir sagt, ich glaub das nicht, ich ziehe das nicht an, ich hab das nicht verdient, ich kann das ohnehin nicht, ich bin dann morgens schlecht drauf, ich kann meine Energie nicht verändern und so weiter. Also dieses Drama, was der Verstand dann immer anfängt irgendwie, ja, aufzubauen. Dann fang mal mit kleinen Dingen an, die du glauben kannst. Du hast schon so viele kleine Dinge in Resonanz gebracht, geschaffen. Und schau dir das mal an. Üb doch einfach mal, kleine Dinge in Resonanz zu bringen. Mach doch mal eins und probiere mal, jedes Gespräch heute, jedes, was du führst, mit einem so geöffneten Herzen zu führen. Und schau mal dein Gegenüber an, so als wärst du verliebt in denjenigen. Ja, ja, ich weiß, wenn du jetzt deinen Arbeitskollegen oder die Arbeitskollegin siehst. Nein, es geht nur darum, dass du mal dein Herz öffnest und die Energie veränderst. Schau mal, was passiert. Da hast du nichts zu verlieren. Und schau mal, wie du Leute auf einmal mit leuchtenden Augen vor dir stehen siehst. Das kannst du mal probieren. Schau mal die Kassiererin vom Supermarkt an, als wärst du in die verliebt. Mit einem total geöffneten Herzen. Überlege dir einfach mal, beim nächsten Mal, wenn du mit irgendjemandem sprichst, dass du so dankbar bist für dein Leben. Mach das mal. Und dann wirst du sehen, wie auf einmal die Energie sich in dir verändert und die Energie im Gegenüber. Dann hast du den Beweis dafür, dass genau die Energie, die du produzierst, sofort das entsprechende Ereignis nach sich zieht. Und weißt du, wenn ich das probiere und mache und ich mache das spielerisch, dann bin ich schon automatisch gut drauf, weil die Leute, die strahlen dann einen an und vor allen Dingen die absoluten, mürrigsten und katastrophalsten Leute, die immer so eine schlechte Laune haben und die nie an irgendetwas glauben, die fangen sogar dann manchmal an, ein Lächeln auf ihren Lippen zu zeigen. Ja, sowas gibt es eben auch. So, mein Tipp an dich, fang mit kleinen Dingen an und probiere es einfach mal aus und betreibe einfach ganz gezielt, ja, wie immer diese kosmische Informationsdiät, die ich schon so oft erwähnt habe, damit dir das nicht passiert, wie es mir passiert ist. Aber ich glaube ja daran, dass alles für alles etwas gut ist und das war für mich in dem Moment mal wieder gut und zwar einfach aus dem Grund, dass ich noch sensibler mit den Medien umgehe. Und ein Tipp nochmal von mir, immer dann, immer, wenn die Leute mit der Angst arbeiten und ob das Politiker sind, die dir die Tramen heraufbeschwören, ob das irgendwelche Wirtschaftsleute sind, irgendwelche Gesundheitspäpste, die dir sagen, das kriegst du eh nicht hin, du wirst todkrank sein, immer dann, wenn die mit der Angst arbeiten, werde aufmerksam. Menschen, die mit der Liebe arbeiten, die sagen, wir schaffen das gemeinsam. Es ist zwar schwer, aber wir selbst können unsere Energie verändern. Und ich weiß, ich weiß das aufgrund von meiner eigenen Erfahrung, egal wie viele Dramen da draußen entstehen werden und wir sind momentan in einem Umbruch, wo die Wahrhaftigkeit wieder zählt, alle Dinge, die nicht wahrhaftig sind, alle Dinge, die wirklich faul sind, die werden jetzt an die Oberfläche kommen. Und die Wahrhaftigkeit momentan, wenn die nicht mehr gewährleistet wird, dann werden die Dinge vielleicht auch zusammenbrechen. Aber ich kann dir mit 100%iger Sicherheit garantieren, wenn du deinen Weg gehst und bleibst deinem Herzen treu, du richtest dich jeden Tag aus, du fängst an über Meditation, über Mentaltraining, natürlich aber auch darauf zu achten, was du jeden Tag in Form von Nahrung eben wirklich zu dir nimmst. Wenn du wieder die Anwendung hast an diese Kraft und vor allen Dingen auch wirklich deine Intuition schärfst, dann werden die Chancen für uns alle, für dich und für mich da sein. Und wir werden zu 100% eben auch genau dann unser entsprechendes Ereignis in unserer Leben ziehen, was in dem Moment eben auch mit der Ursache, die du jeden Tag setzen kannst, wirklich, ja, ja vollzogen wird, beziehungsweise eben stattfindet, ja. Also geh in die Liebe, geh in die Dankbarkeit, schaff jeden Morgen wirklich einen Zustand von guter Laune, fange an deine Morgenroutine wirklich richtig, richtig gut und positiv eben aufzubauen. Geh liebevoll mit dir um, geh liebevoll mit anderen Menschen um, geh freudig in dein Leben, denn wir alle haben es verdient, du und ich, dass wir wirklich ein wunderschönes Leben haben. Und auch wenn die Zeiten ziemlich chaotisch sind und auch wenn ziemlich viel, ich sag jetzt mal, Chaos momentan überall herrscht, wir haben es eben selbst in der Hand, was wir eben jeden Tag tun, um dieses Gesetz zum Beispiel auch von Ursache und Wirkung eben auch für uns gezielt walten zu lassen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir in diesem Podcast ein kleines bisschen Mut machen und konnte dir vor allen Dingen ja auch durch meine Geschichte auch so ein bisschen näher bringen, dass wir alle zusammen in einem Boot sitzen und dass es eben auch wirklich an uns liegt, wie wir dir unsere Energie verändern. Und ja, würde mich natürlich riesig freuen, wenn du diesen Podcast wie immer bewertest und schick ihn doch an Menschen, die eben auch einfach mal ihre Energie verändern müssen. Schreib mir gerne in den sozialen Medien, vor allen Dingen auch auf Instagram, auf Facebook. Du findest mich überall auch auf YouTube. Es gibt auch immer mal wieder tolle Videos von mir zum Beispiel auf YouTube. Vielleicht hast du Lust, auch mal diesen Kanal zu abonnieren. Ja, und wenn du es noch nicht weißt, am 24. Oktober findet mein großartiges, sensationelles Tagesseminar Energize Your Life statt. Eine der schönsten Locations zwischen Wiesbaden und Frankfurt. Das Essen ist perfekt abgestimmt und dort wird die Energie sowas von hoch sein. Und dort wirst du ganz, ganz, ganz viele Fakten auch zu den Energiegesetzen von mir erfahren, aber eben auch mein Best-of zu dem Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und dem Thema der Stresskompensation. Du findest hier in den Shownotes einen Rabattcode. Du als mein Hörer oder Hörerin von meinem Podcast, worüber ich übrigens sehr dankbar bin, bekommst du Ticketschats für 290 Euro für 99 Euro. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns da treffen bei Energize Your Life. Dort wird nämlich ein ganz, ganz, ganz tolles Seminar für dich stattfinden, was dir wieder unfassbar viel Lebensfreude und Lebenskraft gibt. Und vor allen Dingen eben auch die Informationen, wie du ja in allen vielen Bereichen dein Leben eben besser machen kannst. Eben zu dem Thema Ernährung, zu dem Thema Bewegung, zu dem Thema Mentaltraining und dem Thema der Stresskompensation. Gönn dir diesen Tag. Du wirst ihn mit 100%iger Sicherheit lieben, so wie ganz viele andere hunderte von Menschen ihn eben auch schon besucht haben. Und schau doch einfach mal auf der Homepage. Du findest hier in den Shownotes den Link. Gibt es auch einen tollen Trailer dazu, kannst du dir Kundenstimmen angucken und so weiter. So, in diesem Sinne, ich wünsche dir einen großartigen Tag mit ganz viel Freude, mit ganz viel Dankbarkeit und mit ganz viel Liebe im Herzen, dass du vor allen Dingen ganz viele tolle Sachen in dein Leben siehst. Du hast es nämlich verdient. Alles Liebe für dich, deine Kerstin. Tschüss. Tschüss.